Hey yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play Sins of the Solar Empire. So schauts aus. Dann machen wir gleich weiter. Für mich ist jetzt interessant, für euch, da merkt ihr den Unterschied gar nicht. Aber eigentlich nehme ich schon wieder viel zu früh auf eigentlich. Denn ich habe ja schon kurz mal aufgenommen, ich nehme immer so drei Folgen im Voraus auf. Also ich kann nicht regelmäßig spielen, das geht gerade nicht mit Studium und so. Und ich möchte auch nicht, weil es jedes Mal ein Act ist, da für 20 Minuten. Ich mache immer so eine Stunde Session. Und hier ist jetzt die Besonderheit, ja, Klausurenphase. Sprich, ich habe wenig Zeit. Ui. Ah, der ist angekommen. Nice. Äh, wenig Zeit zur Verfügung der Zeit. Wir sind bereit. Ähm. Was natürlich... Ah, hier gerade für die Sternenbasis. Was heißt, ja, ich kann gerade schlecht aufnehmen. Nicht viel, gar nicht, wie auch immer. Geht halt nicht. Also muss ich jetzt, bevor die Klausuren wirklich losgehen, und ich nur noch am Lernen sein wäre, äh, muss ich jetzt im Voraus aufnehmen. Und zwar wirklich im Voraus. Und für alle... Oh, das ist ein bisschen weiter. So vielleicht. Ja. Ähm. Und... Übe... Das deswegen, vorerst. Das wird nicht immer so bleiben, aber... Werde ich... Und das könnte man auch... Oh, hin, Commander. Äh, sehr egal. Ähm, ich werde... Uh, 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 habe ich überhaupt nie geschreit. Lass mir noch mal gucken. Ist aber bisher nicht viel passiert. Läuft, Aufnahme, läuft, blub, 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 läuft. Ähm... Ja, genau. Ich werde dafür sorgen, dass... Ich schraub meine... Meine... Videos runter. Sprrrr... Oh, das schaut böse aus. Und da der ganze Kram kommt. Das heißt, anstelle von... Uh, uh. Naja, ist nicht so viel. Na, das sollten wir durchhalten können. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Einer unserer Gegner hat einen Titan fertiggestellt. Ja, der böse Titan. Ganz gefährlich. Anstelle das jetzt... Also für Sins... Äh, äh, ändert sich gar nichts. Aber... Ah, für... Herr der Ringe. Und für Starcraft. Werde ich vorerst... Auf ein Video die Woche runterschalten. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber es geht einfach nicht anders. Bauwerk komplett. Äh... Was wurde vernichtet? Bauwerk komplett. Irgendwas wurde vernichtet. Bereit für die vorderste Front. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Ach, die Grünen sind tot, oder wie? Nice, die gibt's nicht mehr. Dann gibt's nur noch einen Feind. Dann haben wir auch schon gewonnen. Nun bin ich mal gespannt. Da bin ich mal sehr gespannt. Das Zeug hier wird angegriffen. Ja, schauen wir mal. Ja. Bam. Ja, also Starcraft gibt's da nur noch einmal die Woche. Und Sins und... Also bei Sins ändert sich... Hat Feinde im Anflug erfasst. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Bei all dem anderen Kram auch. Ich drohe mir mal Planeten. Ah. Egal. Bereit für die vorderste Front. Ihre Befehle, Kommandant. Äh, na nie. Bauwerk komplett. Na gut. Ähm... Also da ändert sich ein bisschen was. Und zwar so lange, wie es dauert, bis... Ja, bis fertig halt ist. Nicht ausreichende Metalle. Bis die Klausuren rum sind. Ein Energieanstieg... Und ich schätze mal, das werden so eins bis zwei Monate sein. Ja. So schaut's aus. Nicht ausreichende Metalle. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Erwarte Befehle. Wohin, Commander? Naja. Läuft. Ich schicke mir jetzt die Kolonieschiffe so ein bisschen durch die Gegend. Übermittlung empfangen. Wird schon passen. Wir sind bereit. Ihr Freund und Helfer. Boah. Haben wir hier vorne eigentlich eine Reparaturwerbschaft? Nein. Braucht's aber. Ist wichtig. So. Danke. Aber das Schöne ist, das Ding macht halt nix kaputt. Und so reichne Finanzmittel. Das ist jetzt nicht so wild. Das passt schon irgendwie. Die Konstruktionskreuzer. Habe ich irgendwie das Gefühl... Wo sind die denn? Hallo. Ah ja. Dass die auch Zeug kosten. Sprich... Plätze. Hier kommen die Erstpunkte. Ich bin mir nicht sicher. Aber das könnte ganz gut sein. Hier springen wir erstmal weiter. Das ist eh nicht kolonisierbar derzeit. Der hier dafür sollte es sein. Bauwerk komplett. Noch nicht. Aber bald. Also irgendwann wird sich das schon lösen. Na? Nicht ausreichende Metalle. Ja, kauf mal ein. Dann passt das schon. Berechne Sprungkoordinaten. So. Mehr Kristalle benötigt. Äh. Mehr Kristalle benötigt. Ach ja, die Sternenbasen. Die kosten mehr Kohle. Richtig. Vergessen. Aber da werden das beide gebaut. Oder war das hier? Ja, nice. So, die springen langsam. Uh, uh, uh. Wie böse ist das denn? Planetenentwicklung abgeschlossen. Der könnte auch hier rüberspringen. Kein Gegner kommt an uns vorbei. Ich stehe erstmal da. Getreu unserem Ziel. Schauen wir mal. Das schaut gerade nicht so super aus. Oh, da hat er einiges. Ja. Da muss ich aufpassen. Hm, hier stehe ich aber noch relativ sicher, würde ich sagen. So. Mehr Kristalle benötigt. Ja. Wer braucht Luftunterstützung? Fast. Okay. Unsere Flotte wird angegriffen. Ja. Vorhin, Commander. Planetenentwicklung abgeschlossen. Da muss ich halt jetzt Stück für Stück gucken. Wird nicht ganz einfach. Aber geldmäßig schaut's gut aus. 80. 80 ist gut. Zusätzliche Credits benötigt. Ja, ein paar Handelseinrichtungen auch noch bauen. Handelseinkommen wird erhöht. Oh, das ist gut. Ihre Befehle, Kommandant. Das Orpheus wird gelagert. Da ist doch nichts. So, die können immer schön schießen. Die sind dann wirklich teuer. Also die Dinger kosten wirklich Kohle. Irgendwo war doch mal so ein Suchen. Denkst du eine Suche? Sternenbasen. Ah, ja. Genau, das ist das da. Ja, da kann man schön durchschalten. Bereit für die vorderste Frost. So, hier zum Beispiel Andockports. Bis da. Gut, ich hab grad nicht viel Geld, aber da kann man schön suchen. Was kann man denn noch suchen? Artefakte. Da gibt's ein paar. Artefakte, Logistikplätze. Ja, da sind auch noch viele frei. Werften, Großkampfschiffe. Ich wünschte, man könnte auch noch Superwaffen. Aber das geht grad nicht. Entwickelbar. Oh, ja. Nicht ausreichende Metalle. Naja, schlecht ist es nicht. Planet erforschen, das machen wir auch noch. So, und jetzt schön da hoch. Dann können wir es nämlich auch mit denen allen wieder zusammenbringen. Das würde mir auch sehr gut gefallen. Ja, jetzt fehlt wieder das Geld, ne? Kennen wir ja. Kennen wir ja nicht anders. Irgendwann dürfte da die Kultur auch weg sein. Dann schaut das dann auch wieder besser aus. So, Handelszentrum. Bereit für die vorderste Front. Unbedingt ne Raffinerie. Sobald's Geld da ist, aber das sollte nicht zu lang dauern. 91, ja, das Geld geht hoch. Mit mehr Zeug gehört uns auch mehr. Okay. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Ja, nicht so cool. Und unser Planet wird belagert. Ha, aber ich schieße auch wild durch die Gegend. Schaut sich das an. Da fliegen überall die Dinger rum. Da, hier, dort, dort. Mein Sprengkopf schaut richtig schnitt aus. Das ist ein fetter... Planetentwicklung abzuschlagen. Berechne Sprungkoordinaten. Naja. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Der fliegt auch noch. Bauwerk komplett. Kann es sogar von unten betrachten. Das schaut komisch aus. Das ist oben. Das ist unten. So, jetzt wieder ein bisschen konzentrieren, weil... Wo sind wir denn? Genau. Die Piratenbasis. Die ehemalige Piratenbasis. Die holen wir uns. Und dann renne ich in Zukunft nur noch durch. Und das war's. So. Ein leichter Träger werde ich hier noch brauchen. Ich habe hier nämlich nur... Sieben. Genau. Aber ich frage mich wirklich, wo mein ganzes Geld hingeht. Naja, eigentlich frage ich mich, wo meine ganze Flottenkapazität hingeht, dass die immer schrumpft. Und zwar so drastisch. Nicht mehr holen es wurde gefunden. Das ist halt wirklich nervig. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Phasensprung auf mein Signal. Ja. 39 leichte Träger. Ist noch nicht so gut. 21 schwere Kreuzer. Leichte Fregatten. Neun. Da kann man doch auch mal eine neue bauen, oder? Leichte Fregatte. So. Flak Fregatte. Bumm. Paketenfregatte. Ich habe auch noch eine bauen. Aber ich finde die Übersicht ganz cool. Ich lerne halt so langsam das Spiel. Hier das mit dem Suchen. Wenn ich das häufiger mache, das ist schon nützlich. Wir haben eine feindliche Kolonie erledigt. Ich weiß es nicht genau, wo. Ihr habt den Commander gehört. Hier wird noch viel gebaut. Nicht ausreichende Metalle. Gleich haben wir Metalle. So. Restbestrahlung einer Bombardierung zu stark. Das könnte sein. Das ist aber auch nicht so wild. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Zusätzliche Credits benötigt. Zusätzliche Credits benötigt. Zusätzliche Credits benötigt. Ja, gleich haben wir die Credits. Zusätzliche Credits benötigt. Na, los geht's. Geld. Und da fliegt noch so ein Sprengkopf. Piu. Tag. Ihre Befehle, Kommandant. Ich weiß, ich habe... Gut, das bin aber schnell. Bereit für die vorderste Front. Ihr Freund und Helfer. Ich würde sagen, das schaut doch ganz gut aus. Und weiter geht's. So, Weltraumschrott oder Asteroidengürtel? Ich gehe zum Asteroidengürtel. Handelseinkommen 100%. Ja, das sollte ich demnächst auch mal hören. Das heißt... Hier bauen wir noch ein Kolonieschiff. Das schickt man dann rüber und gut ist. Sollte passen. Denke ich mal. So, hier schön die Verteidigung hochschrauben ein bisschen. Hier wäre es zwar wichtiger, aber hier wäre es sehr wichtig. Huh, hier habe ich ja noch gar nichts. Tja, machen wir hier den Handel mal höher. Und hier dann gleich auch noch. Demnächst. Jede Sekunde. Zusätzliche Credits benötigt. Es ist nicht super viel mit 1,3 und 3,0, aber es läppert sich. Und hier schau 94,2. Also langsam wird es wirklich mit dem Geld. Ich glaube, die 100 knacken die noch. Ah, ich finde das gut, da können wir draufklicken. Okay, also hier sind meine ganzen Leute. Aber die lasse ich noch daheim, die Verstärkungen hier. Ja. Ich habe wirklich viele Träger. Aber das passt schon irgendwie. Immer noch nicht kolonisierbar. Der Tick geht. Dann holen wir uns den doch erstmal zuerst, so gut ist. Und dann fliegen wir jetzt hier. Berechne Sprungkoordinaten. Melde mich zur Stelle. Genau. So, die haben es nicht mehr zurück in den Handel geschafft. Die armen Viecher. Ihr Freund uns hilft. Aber hier sind wir unterwegs. Phasensprung bereit. Dann fällt man uns gut. Boah, und mitten in seine Flotte oder Aua, das tut die Idee. Das muss ja wehtun. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Das muss ja wehtun. Die sind so gut wie erledigt. Die sind so gut wie erledigt. Vor allem, weil das halt wirklich schönen Schaden macht. Für die Heimatwelt. Also wenn da die Atombomben fliegen, dann tut es weh. Ja, das Ding wird es auch nicht lang machen. Die Scheu explodiert es. Sieht doch ganz gut aus. So, die paar Nachzügler kommen auch noch. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Haben wir hier jetzt schon. Unser Planet wird belagert. Ah, hier unten hatten wir noch das. Jäger. Obwohl es nicht langsam. Oder war es hier? Ich weiß es nicht mehr. Scheint sich gelöst zu haben, aber ich belasse es jetzt dabei. Sternenbasen. Zeig mir mal her. Welche da noch fehlen. So. Die ist fast fertig. Ein bisschen was fehlt noch. So. Die kommt als nächstes. Die müssten als nächstes fliegen. Schaut mal was für eine riesenflotte das ist. Das ist auch echt schön. Das ist alles kaputt. Das überlebt er nicht. Egal, ob er im Grafienfeld springen kann oder nicht. Das macht er wenig aus. Ihr Freund und Helfer. Den hüpfe ich nämlich gleich hinterher. Hört mal her, ihr Fliegeraffe. Genau. So. Kann ich eigentlich auch rückwärts die Sternenbasen abklappern? Ja, scheint zu funktionieren. Unsere Flotte wird angegriffen. Bereit für die vorderste Frage. Das gefällt mir gut. Da hat er auch noch mal viel. Ist das eine Sternenbasis? Was ist das denn? Degenerator. Öffen Sie Ihre Wahl. Schildsersetzung. So, wow, okay. Lichter aus. Komm, sei es hat feindlich im Anflug erfasst. Kaputt. Es bringt nichts mehr ein, das Empire anzugreifen. Weil die Piraten gibt es auch nicht mehr, ne? Die sind weg. Die Button sind weg. Weil die Piraten haben wir vernichtet, gibt es keine mehr. Übermittlung empfangen. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Bauen wir noch mal jede Fregatte einmal und dann musst du schon fassen. Es bringt nichts mehr ein, das Empire anzugreifen. Wundert mich nur, dass die so ein bisschen langsam sind. Eigentlich sollten jemals zusammenspringen, tun sie aber nicht mehr. Ja, jetzt haut er wieder ab. Aber auf lange Sicht werde ich das auf jeden Fall gewinnen. So, dann bauen wir auf. Ja. Es dürfte auch keiner mehr Kopfgeld ausschütten. Also, wofür? Ich finde es halt krass, wenn du die Sternenbasis so weit hoch, wow, so weit hochgeballert hast, dass der auf, dass das eine Sternenbasis 22.000 oder was das jetzt aushält, ist dann schon sehr knackig. Also, da kannst du dir dann vorstellen, yo, das tut weh. Und zwar nicht zu knapp. So, jetzt bauen wir gleich noch hier einen Handelsposten. Oh. Und dann sehen wir mal weiter. Hey, yo, und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumenrauf-Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020